Ich denke, jeder The Walking Dead-Fan hat so seine zwei, drei Sachen, die er gerne mal detaillierter erklärt bekommen hätte, ob es jetzt in einem Spin-Off oder zumindest in einer einzelnen Folge, wie zum Beispiel bei Fear the Walking Dead, den Anfang des Zombie-Ausbruchs mit dem ersten Zombie, den wir als Zuschauer und den auch die Menschheit in Anführungsstrichen als Zuschauer zu Gesicht bekommt, oder wie in Fear the Walking Dead auch der Astronaut, der die ganze Scheiße von da oben im Weltall aussieht, oder wie jetzt zum Beispiel mit der Daryl Dixon-Serie oder auch Dead City, einfach andere Orte, an denen der Virus und die Zombies dementsprechend, naja, rumchillen. Heute reden wir mal über einen Spin-Off, beziehungsweise einen potenziellen Spin-Off, eine Idee für einen Spin-Off, was uns diese Sachen alle auf einen Schlag ermöglichen würde. Und wenn euch das interessiert, um was für ein Spin-Off oder potenzielles Spin-Off es sich hier handelt, bleibt gerne dran und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Als erstes möchte ich hier definitiv erwähnen, diese Idee zu dem Spin-Off ist nicht mir gekommen, sondern von dem YouTuber-TikToker, ich nenne ihn einfach mal TheWalkingDeadNerd, ClashedPR. Vielleicht die ein oder anderen werden ihn kennen, ich habe jetzt wahrscheinlich auch ein Bild eingeblendet. Dieser Boy wohnt momentan auf meiner For You auf TikTok und ist auch einfach wirklich, was Bezug zu TheWalkingDead angeht, einer der Größeren, sage ich mal, da draußen. Der gute Boy hat vor gar nicht mal so lange einen TikTok hochgeladen, in dem er über das Spin-Off TheWalkingDeadContinence redet, beziehungsweise sagt, dass es halt eine Idee war, die ihm einfach mal so gekommen ist. By the way, wie gesagt, alle Credits hier gehen an ihn, plus auch das Bild, was ich hier gerade eingeblendet habe. Wahrscheinlich ist das auch was auf dem Thumbnail. Ist alles von ihm gemacht worden, alles von ihm erstellt worden, um das einfach mal vorneweg quasi schon mal wieder zu erwähnen. Ich fand diese Idee für dieses Spin-Off so unfassbar gut, dass ich mir dachte, weißt du was, ich habe super wenig Videos dazu gesehen, von anderen Content-Creatern, YouTubern, TikTokern, was weiß ich, dass ich mich da einfach mal hinsetze und mal meine Sicht der Dinge darauf erzähle, beziehungsweise, naja, die Kunde verbreite. Vielleicht haben wir ja Glück und AMC denkt sich so, holy shit, das ist eine verdammt gute Idee, könnte man mal umsetzen. Aber jetzt fangen wir mal an. Und zwar dieses Spin-Off, wie gesagt, TheWalkingDeadContinence, wie der Name schon sagt, geht es um Kontinente, würde aus ungefähr sechs Episoden, vielleicht plus eine Bonus-Episode, darauf gehe ich gleich am Ende mal ein. Aber hauptsächlich geht es um sechs Episoden, die sich mit dem Outbreak, beziehungsweise halt mit dem Universum von TheWalkingDead befassen, und das auf den, naja, verschiedenen Kontinenten. Jede Episode würde auf einem anderen Kontinent spielen. Eine in Asien, eine in Afrika, eine in Südamerika, eine in Australien, die andere im Mittleren Osten und die letzte dann in der Antarktis. Und wie gesagt, befassen würde sich diese eine Episode einfach mit verschiedenen Zeiträumen der Zombie-Apokalypse, die wir in TheWalkingDead auch durchlebt haben, nur ja halt in anderen Kontinenten, in anderen Welten, unter anderen Umständen. Dabei würden wir einen bis zwei Hauptprotagonisten quasi verfolgen, diese wohlmöglich so lange am Leben bleiben würden, bis die Serie oder bis die Folge halt zu Ende ist. Und denen würden wir natürlich dann dabei zugucken, wie sie in den verschiedenen Momenten der Apokalypse, naja, halt einfach, wie sie damit umgehen würden. Vom Zeitpunkt des Ausbruchs, beziehungsweise dem ersten Walker, den man zu Gesicht bekommt, ähnlich halt wie bei TheWalkingDead Staffel 1, über einen Zeitraum von vielleicht ein bis drei Jahren, in der die Apokalypse, naja, halt ansteht und, naja, die Zivilisation in den Bach runtergeht und die Menschen halt sehen müssen, wie sie zurechtkommen, bis hin zu einem Timeskip von vielleicht 10 bis 15 Jahren, damit sich die Serie dann ungefähr auch da einpendelt, wo wir uns, naja, jetzt bei Fear TheWalkingDead oder halt TheWalkingDead Staffel 11, naja, befinden. Warum ich diese Idee so super genial finde, ist nicht nur die verschiedenen Kontinente, bezeichnet verschiedene Kulturen und, 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 sondern einfach, wie beleuchtet wird, wie die wichtigsten Punkte dieser Apokalypse einfach ablaufen. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, ich fand es einen befriedigerenden Anfang von Fear TheWalkingDead, wo wir sehen, wie langsam alles den Bach runtergeht, wo wir den ersten, also in Anführungsstrichen, ersten Walker sehen, als wie es halt in TheWalkingDead gemacht ist, in dem Rick halt einfach die Time da halt, ja, skippt. Finde ich tatsächlich wesentlich interessanter zu sehen, wie das alles anfängt, wie das sich alles anfängt, den Bach runter zu gehen. Deswegen auch diese ein bis drei Jahre skippt, damit man sieht, okay, was ist alles passiert in dieser Zeit? Wie weit sind die Gesellschaften in anderen Kontinenten, naja, den Bach runtergegangen? Das Geniale bei diesem Spin-Off wäre ja auch einfach, man könnte tatsächlich sagen, die Charaktere, die wir in diesen Spin-Offs quasi, also in diesen Spin-Off-Folgen sehen, könnten quasi auch irgendwo an einem Punkt zusammenlaufen oder halt vielleicht auch Charaktere von TheWalkingDead oder Fear TheWalkingDead, beziehungsweise den anderen Spin-Offs treffen. Auch sowas wie das CRM würde in diesem Fall eine Riesenrolle spielen. Ist es nur in Amerika eine große Rolle, beziehungsweise anscheinend ja auch in Frankreich irgendwo, oder ist es einfach weltweit überhaupt die Tatsache, ob andere Nationen mit der Situation anders umgehen würden? Finde ich, ist eine so geniale, ja schon fast Marktlücke, dass das noch nicht gemacht wurde, finde ich irgendwie tatsächlich sogar komisch. Meine Ergänzung zu dem ganzen Punkt wäre vielleicht noch, dass man sagt, man verfolgt nicht nur einen Charakter, sondern vielleicht zwei, drei Charaktere, weil man muss ja sich denken, naja, Afrika ist groß und ja, auch Australien hat eine gewisse Größe und da halt nur einen Charakter zu sehen, wäre vielleicht ein bisschen verschwendetes Potenzial, anstatt dass man sagt, man nimmt sich drei Charaktere, die halt zu diesen Zeitpunkten immer mal gezeigt werden, die dann vielleicht in der finalen Folge irgendwie dann aufeinandertreffen, beziehungsweise nicht in der finalen Folge, im Finale dieser Folge dann aufeinandertreffen. Wäre auf jeden Fall eine Idee einfach zu sagen, weil mein Gedanke ist auch sowas wie, ob es jetzt irgendwelche kleinen Ureinwohnerstämme auf irgendwelchen Inseln, oder halt, naja, keine Ahnung, sowas wie in Dubai. Wie verhalten sich die Menschen, die Geld haben? Finde ich eine super wichtige Frage und allgemein dieses ganze Szenario vom Ausbruch bis zum Ende ist einfach ein geiles Thema. Viel zu wenig in Fear the Walking Dead angepackt, beziehungsweise zu wenig in The Walking Dead, ein bisschen in Fear, aber es ist Potenzial, was man noch nutzen kann. Plus die mögliche Bonusfolge, die ja noch da wäre und das würde sich, naja, im Weltraum stattfinden. Denn wie man sieht, auf diesem Poster hat der Gute auch einen Astronauten draufgepackt, denn wir wissen ja aus Fear the Walking Dead, ich glaube Staffel 3, nee, 2 oder 3 war es, redet ja der Gute Victor Strand über Funk kurze Zeit mit einem Astronauten. Und in dem Moment ist auch mir der Gedanke gekommen, das könnte da oben tatsächlich ja eigentlich komplett weird aussehen und ablaufen. Wie sieht die Welt von da oben aus? Wie sieht der Verfall da oben aus? Natürlich, wir müssen davon ausgehen, die Astronauten werden nicht so viele Vorräte da oben haben, dass sie, sage ich mal, die nächsten 15 Jahre locker überleben können. Sei auch immer dahingestellt, muss auch gar nicht sein, aber halt so, weiß ich nicht, 2, 3 Jahre, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Astronaut. Wie viele Lebensmittel und Sauerstoffvorräte haben die da oben, weiß ich nicht. Aber überhaupt zu sehen, wie da oben alles abläuft, in dem Moment, auch was sie ja über Funk oder so mitbekommen, fände ich einen super interessanten Punkt. Plus, auch das wäre super interessant, ob da oben ein Astronaut, wenn er stirbt, sich halt auch verwandelt und würden wir dann, naja, einen Space Walker bekommen, der halt einfach in einem Raumanzug durchs Weltall schwebt und verzweifelt nach Essen schnappt. Das sind alles so Punkte, die einfach super interessante Themen sind, wo sich vielleicht auch der ein oder andere schon öfter mal die Frage gestellt hat, Alter, wie ist das überhaupt in, naja, China abgelaufen. China hat eine sehr, sehr hohe Bevölkerungsdichte und ist da der Virus wesentlich schneller rumgegangen? Bedeutet, ist da einfach wesentlich weniger Überlebenschance gewesen? Wie hält es sich aber an Orten, wo weniger Bevölkerungsdichte ist? Ich meine, so gucken wir uns zwar Australien an, es ist riesig, aber es gibt auch das Outback und das ist einfach viel, viel leere Fläche und viel Fläche, wo man, naja, sich vor den Walkern verstecken könnte. Ich finde, in Dead City wurde uns perfekt gezeigt, wie geil das Szenario in einer anderen Optik aussehen kann, als halt nur auf, sage ich mal, kleinen Dörfern bis hin zu Kleinstädten und zwar in einer riesigen Stadt, was halt auch super einfach, wie gesagt, China, Japan, Tokio, was weiß ich, alles in diese Richtung, super interessant, wäre super optisch schön wahrscheinlich, aber auch das, naja, andere Äquivalent. Wie verhält es sich halt da, wo nichts ist? Und dabei ein bis zwei oder drei Charaktere zu verfolgen, die, naja, vielleicht auch ähnlich wie bei Tales of the Walking Dead irgendwo ihre Schwächen und Stärken haben und vielleicht auch gar nicht gut zueinander passen, die dann irgendwie aufeinandertreffen, früher oder später und halt, naja, einen kleinen Überlebens-Arc miteinander schieben. Ich finde vor allem dieses Spin-Off oder diese Idee für das Spin-Off ist relativ realistisch aus dem simplen Grund, es ist gut verpackt in einer Episode. Wir wissen alle als The Walking Dead Fans, wie das alles passiert ist, wie alle Zombies aussehen, wie ungefähr der Verfall der Zivilisation aussieht. Das haben wir in The Walking Dead und auch viel The Walking Dead gezeigt bekommen. Bedeutet, hier könnte man sich wirklich hauptsächlich auf die Charakteristiken von den Charakteren, also fokussieren auf das Optische, wie das sich alles in anderen Ländern, andere Sitten mäßig verfällt und verhält auch. Denn wir brauchen keine Erklärung mehr, wie der Virus ausgebrochen ist und wir brauchen auch keine Erklärung mehr, dass, naja, halt irgendwie jeder den Virus hat. Das sind alles Sachen, die müssen nicht mehr erklärt werden. Man kann sich einfach wirklich auf diesen, sag ich mal, Outbreak-Zeitpunkt, dann so ein bis drei Jahre und dann halt zehn bis 15 Jahre komplett fokussieren, zeigen, was hat sich in der Zeit entwickelt, was hat sich nicht entwickelt und halt auch vor allem ist es vielleicht in anderen Ländern halt einfach besser ergangen als in anderen. Ich finde hier, der gute Clashed-PR hat da einen super heißen Punkt entdeckt, den sich AMC, wenn sie das sehen sollten, definitiv mal zu Herzen nehmen sollen, weil das wäre eine super starke Idee und es wäre definitiv besser als Tales. Und Tales ist ja ähnlich aufgebaut. Sechs Episoden, glaube ich, waren es. Kurz, knackig, eine Geschichte erzählt von zwei, drei Leuten. Eine Geschichte, ein Ablauf der ganzen, naja, des ganzen Geschehens und fertig. Danach waren die Charaktere irrelevant, diese haben wir nie wieder gesehen, außer natürlich die, aka Alpha. By the way, dazu kommt auch noch im nächsten Video. Und danach ist uns einfach alles egal. Wir haben diesen Abschnitt gesehen und es war einfach cool. Teilweise vielleicht ein bisschen zu viel, teilweise okay. Wie gesagt, da wird auch ein Video zu kommen, zu Tales of the Walking Dead. Aber einfach dieses kurze, knappe Episoden, die nicht miteinander zu tun haben müssen, ist theoretisch können sie halt Alpha. Aber einfach dieses abgeschottete, so eine Folge ist eine Geschichte, Punkt. Das ist eine super starke Idee, finde ich. Und das kann eigentlich gut funktionieren. Und ich denke, es wird auch gut ankommen. Dazu könnt ihr gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das? Also habt ihr von dieser Idee schon gehört? Wie findet ihr die Idee? Und wäre das sowas, wo ihr sagen würdet, jo, das könnte man echt gut machen und ich würde es mir auch angucken? Wie gesagt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Heute wahrscheinlich mal ein wirklich kürzeres Video, weil es hier noch nicht so die ausschweifenden Möglichkeiten für Erzählungen gibt, sondern einfach nur, naja, er hat es sich halt ausgedacht. Und ich gebe es jetzt quasi mehr oder weniger eins zu eins wieder, plus halt ein bisschen was von mir hinzugefügt. Deswegen heute leider ein kürzeres Video. Aber ich denke mal, die einen oder anderen werden es auch verkraften, wenn es mal ein kürzeres Video ist. Hoffe ich zumindest. Aber wie gesagt, schon mal hier, dass ihr vorgemerkt habt, es wird ein Video zu Tales kommen. Also Tales of the Walking Dead wird mal ein eigenes Video gewidmet. Und vor allem, und ich denke, das könnte sogar das nächste Video sein, geht es noch mal ein bisschen um die Whisperer, um Alpha, aber vor allem um die Whisperer vor Alpha, also vor die als Alpha. Das ist tatsächlich eine super interessante Geschichte und es gibt nicht super viele Informationen für. Bedeutet, ich habe viel spekulationsfreier Raum und da ich finde auf diesem Kanal oft gerne dieses Spekulieren, Theorieren und Fan-Theorie-Ausleben stattfindet. War das, das war kein deutscher Satz, aber es ist egal, ihr habt verstanden, was ich meine. Finde ich jetzt so ein Video hier immer geil, weil ihr auch sehr oft und sehr gerne eure Meinung dazu halt raushaut. Und naja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf dieses Video und ihr könnt euch auch darauf freuen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch wenn das die alte YouTube 2017-Leihe ist, auch gerne mal die Glocke aktivieren. Ansonsten checkt den Kanal gerne aus. Hier gibt es auf jeden Fall zwei Videos jede Woche zu den verschiedensten Themen, sehr viel The Walking Dead-Content, aber auch allgemein Filmtheorien, Filmfacts, Reviews, Kritiken zu Filmen und Serien und zu allem drumherum gibt es auf diesem Kanal hier öfter mal zu sehen. Und wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal gerne mal aus, guckt euch mal um und vielleicht bleibt ihr ja auch gerne hier. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, ich will das Video jetzt aber nicht länger strecken. Ne, das macht keinen Sinn, das Video ist verdammt kurz. Ich weiß es genau. Ich habe noch nicht gesehen, wie lange ich aufgenommen habe, aber ich weiß es ist kurz. Nichtsdestotrotz, ich will es nicht länger strecken, als sowieso notwendig. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus.